Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunno Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 24. Und heute ist, glaube ich, das erste Bundesligaspiel tatsächlich gegen Bremen. Also, mal sehen, wie wir abschneiden. Ich hoffe, dass dieses Video nicht rumleckt, weil ich drehe das Spiel, äh, ich drehe das Video am Abend, also um 20 Uhr könnte es sein, dass da irgendwie Streaming-Dienste von Xbox und F4 überlastet sind, weil jeder Mensch zu Hause ist. Ich hoffe natürlich nicht, weil ich will dieses Video hier drehen und das wird auch nicht lange gehen, also nur 15 Looten oder so. Ihr seht es jetzt schon, es laggt nämlich jetzt schon. Das ist das, was ich meinte. Ich hoffe, das, ähm, bleibt jetzt nicht die ganze Zeit so. Weil das wäre blöd. Gut, sonst muss ich mal wieder die Xbox-App einmal neu starten. Vielleicht hilft das. Wollen wir mal sehen. So, wir haben auf jeden Fall, äh... Ich glaube, das letzte... Oha, ich habe das toll nicht mal kommen sehen. Das ist ein geiles Tor, Baby, Won. Ich habe dieses Dings nicht mal gesehen, Alter. Geil. Wir gucken uns das nochmal an. Bam. Rein mit dem Kopf. Da hat der Torwart aber wirklich keine Chance. Und von dem Schäfer. Schäfer. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber vielleicht schafft jetzt FC Stando den 2-1, das 2-1-2 nicht, den 2-1-2 Oh, also das nervt jetzt ein bisschen, dass es rumliegt. Ah ja, perfekt, das Bild ist einfach komplett kacke. Ey, das ist so ärgerlich, dass das hier rumhängt am Abend. Vor allem, ich kann nicht mehr vernünftig spielen jetzt. Aber jetzt ist dieser Spieler auch angeblich noch zu langsam, dass sie jetzt schön eine Ecke geben. Ja, FIFA 24 ist halt leider so. Okay, wir haben gehalten. Gut, den Ball haben wir. Hä, den habe ich denn jetzt da gefoult? Okay, jetzt haben wir die Chance. Okay, das ist einfach kommen ins Nichts geflogen. Gut, wir haben den Ball... Warum steht da denn niemand, ey? Okay... Okay... 1, 2, 1, 2, 1, perfekt. Wir haben wieder die Führung in unseren Händen, beziehungsweise in unseren Füßen. Okay... Von den Bäck, der Bäcker... Von den Bäck, der Bäcker... Ja... Okay, ich glaube, das ist jetzt die letzte Aktion. Und dann ist die erste Halbzeit doch rum. Heißt doch jetzt, Junge. Okay, danke. Jetzt hat er gesessen. Fortsetzen. Leute, ich muss mal kurz das Spiel hier neu starten. Okay, da bin ich wieder. Ja... So, dieses Spiel hängt jetzt noch mehr rum. Boah, der hat den Ball nicht mal gekriegt, ey. Boah, der hätte fast den Ausgleich geschossen. Ja, Leute, das ist ein bisschen blöd, dass das hier rumhängt. Also, da kann ich leider auch nichts für. Deswegen mache ich hier auch gerade so einen scheiß Fehler. Deswegen fasziniert diese Fehler, weil... Es funktioniert einfach... Ich kann hier nicht richtig vernünftig spielen. Das ist zum Kotzen. Also, Xbox muss da echt mal was besser machen. Ja, Junge, hol mir doch den Ball von den Beinen, Alter. Wenn er jetzt wieder einen Tor schießt, dann mach's sich ja mal komplett aus. Ja, wie kommt er an den Ball, Junge? Hä? Das ist... Einfach FIFA, Junge. FIFA ist zum Kotzen bei sowas. Ja, Junge, stört mich doch noch mehr, dass ich den Ball nicht hinterher laufen kann, Alter. Junge, das ist doch echt zum Heulen! Ey, ne, ich muss jetzt hier aber kurz was umändern. So. 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 nehmen können wenn sie nur rum hängt was war das denn jetzt schon wieder jetzt bietet mir der auf einmal an leute zu wechseln gerade hat es die ganze zeit nicht gemacht das ist echt nervig dass das hier nur rum leckt ja pfeift doch für die junge die kriegen eh kein tor mehr es leckt nur um das ist zum kotzen wie können die denn schneller sein ja komm pfeift junge es ist zum echt zum heulen das war's mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein abo und kommentar da schaut außerdem auf meinem disco vorbei der ist unten in der videobeschreibung verlinkt aktiviert die glocke damit du keinen mehr verpasst ab und taum auf den tag